Was geht an mich? Äh, die KI folgt dir, das weißt du? Äh, das KI. Ich bin faul. Ich muss sagen, oh, wait for me. An der Position. Ich bleib hier oben liegen und zerpflück alles mit dem Maschinengewehr, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ist das an dem Plan? Ja, das ist das. Das sind ja vor allem. So, bewaffneter Jeep. Tatsache. Das ist es aber schon. Ja, wunderbar. Ja, ich glaube nicht. So. Ich glaube der Jeep hat uns gesehen. Ja. Äh, ich werde den sprengen. Okay. Sobald's boom macht, äh, ich lege mir über die Fahrt. Ja, der LKW zerpflück ich. Ja, okay. Da stehen die Leute, da kommt nicht drauf. Das Zivilisten. Ja, das waren Zivilisten. Ja, das waren Zivilisten. Okay, das war unser Ziel. Meine Fresse, das nenn ich mal ein Feuerüberfall. Ja, das Ziel war, pulverisiert den Truck. Ja, richtig. Haben wir auch gemacht. Ha, Freshman muss vorgehen. Ja. Freshman, geh vor. Ja. Cool Aktion, ja. Du Scheiße, haben wir dir den Arsch aufgerissen. Seidl, держись rein. Boö. Ja, da verstehe. Ich war schon pek. Ich habe keine Kugelhabe mehr. ED, jetzt brechen. 2, 6, 7, 8, 8, ab Beginnen. Hey, wir sind genug Leute, um ein Insurgency-Team vollzukriegen. Da würde ich die neue KI auch mal gern sehen, was? Dann spielen wir doch eine. Also müssen wir den mit der anderen hier abgleichen. Ich hab grad noch mal ein paar hochgeladen. Einige können wir nicht spielen, weil wir schon zu viele Leute sind. Das hatten wir, glaub ich, sogar noch nie. Wenn du rückwärts läufst. Was? Du siehst sehr lustig aus, wenn du rückwärts läufst. Döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp. Mal gucken, hier, so. Ja, ich weiß, wie es aussieht, wenn jemand rückwärts läufst. Ich muss schauen, wo mein ganzer Spot bleibt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Da, da, was machen wir so. Ach, verdammt. Okay, ich glaub, der ist kaputt. Nein, das war ich. Ja. Wir werden ein bisschen vorsichtiger sein in Zukunft. Nee, was ist denn beim Technical? Der sieht doch noch fit aus. Ich glaube nicht. Also, bei mir sieht er fit aus. Ja, der rechte Vorderreifen ist kaputt. Das Auto ist abgeschüttet, das geht ja eigentlich wie kacke. Wie geht das mit dem Zeroing nochmal? Bild auf, Bild ab. Hier, hat einer von euch einen GP? Nope. Andi hat eins. Probe ich zumindest. Was ist das? Granatwerfer. Achso, da habe ich ja schon ein paar mit geballert jetzt. Ja, dann räumen wir mal den Technical da weg. Achso, ja. Ich hoffe, ich treffe den. Ja, richtig. Es sickert danach ein, da gehen wir es der Natur zurück. Ich kipp, ich kipp auch mal Schweröl irgendwo in die Botanik. Alles dein, wo es herkommt. Ich hätte gerne Zeroing auf, äh, Null. Hast du denn, hast du denn gar nichts von Peter lustig gehört? Ab in die Büsche mit dem Scheiß, die naturschließlichen Kreislauf. Ja, der ist nicht so. Guck, bin ich das? Ja, bin ich. Das kann man auch... Das lass ich mal gelten. Aber... Weiter geht's. Warum ist das Zeroing auf 400? Das ist die Maximaldistanz. PK-Standard. Also kleiner Tipp, äh, richte dich nicht zu sehr nach der, nach diesem Adjustment, sondern... Lern mit dem Ding umzugehen mit einem Adjustment, das du nachvollziehbaren Wert hast. Warum zieht sich immer den Editor und macht sich mir den Waffen vertraut? Keiner wartet hier auf den Führer... Wollt ihr immer den Führer nach? Wo habt ihr da eigentlich? Wollt ihr denn? Berg-Party. Berg-Party. Na ja schon, aber dann... Ich weiß nicht, habt ihr hier irgendwas Präzises? Einer von euch einen SVD oder so? Ich glaube, da wüsste auch keinen Krieg mitgewinnen. Wir hatten das mal in OFP gemacht, mit dem Silvester-Raketen und dem Feuerwerk, oder? Ja gut, äh, hier aber einen MG hat auch einer von euch, ne? Ja, äh, da oben? Ja, ich glaub schon. Ja, dann... Sonst steh ich neben dir. Wir rollen einfach mal ab. Hau rein, was geht. Wir brauchen mal keine chirurgische Kriegsführung zu betreiben. Marc, ist ein Stein da rechts? Sind wir jetzt los? Ich schlag mich mal zu diesem großen Felsen durch. Den find ich sympathisch. Ich schlag mich. Oula, wasser mir das? An der Hausruine? Und unter deinen Fichten? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Seid Armer oder seid OFP? Ja, jetzt hier mit einem neuen Fatsch. Das fühlt sich irgendwie... Das sind jetzt Mordwaffen. Das hat damit nichts zu tun. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall fühlt sich das verdammt echt an. Das waren eigentlich nur KI-Upgrades. Ich würde sagen, das ist einfach nur ein neurologischer Fehler. Das ist für dich echt ein Fisch. Oh, das ist doch jene Sting in meiner AK, die ich habe. Das ist ja... Die ist doch nicht von CWR. Aber selbst die AK sind gematlich von CWR. Doch, doch. Das ist alles CWR. Das ist nichts, nicht CWR. Da kann jemand rauchen, dass wir ihn mal in den Ort reinkommen. Negativ. Wir müssen uns da langsam vortasten. Das bleibt uns nicht übrig. Ich stehe schon mal die KI vor. So, dann kracht hier mal runter. Ich gehe dann zu diesem Mini-Haus hin. Ich lege hier unten schon und kann mir das Ganze etwas näher angucken. Ich stehe hier direkt vorne. Hey, da kommt Rauch. Da bin ich nicht weit genug. Quaaaatsch. Wir sind gleich in dem kleinen Haus. Und ich bin da. Ach, Gitterstäbe vor. Ja, die aber auch gerade noch besser. Hey, hier ist ein Weihnachtsbaum. Jo. Juhu. Juhu. Ronnen. Und das war es schon. Na, was ist jetzt los? Ja. Das zoomt jetzt auf den Weihnachtsbaum. Das war einfach. Fliegen! Und fliegen. Das ist der Weihnachtsbaum. So ist aber mein Weihnachtsbaum auch.